hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren folge von lost castle der run eben ist leider verkackt gewesen und genau mit dabei der dark hunter ja wir hatten ein bisschen pech wir haben nicht so gut wie gar nichts bekommen an equip ja sehr unlucky was hast du da so heute ist ein glückstag also es ist unabhängig vom gegner kill ich weiß mir einfach geld raus so bleiben jetzt dabei dass du diesmal auf fernkampf gehst auf nahkampf eigentlich nicht aber ich habe erstmal keine andere wahl dann nimm du das lebenspunkte ding würde ich sagen du musst du diesen scheiß mit deutsch wenn wir irgendwie was kriegen was damage macht also so kristalle oder sowas da habe ich jetzt eine fähigkeit geskillt dass ich dafür mehr krieger der mehr damit machen okay das ist ja die doppel ist auf jeden fall ultra schnell ich dachte der lebt nicht mehr crit plus 2 ja krit macht bei dir mehr sinne 40 ach so ja ja warte dann pflanze ein zartes bösen warum steht bei mir eine null über mir siehst du das ne bei mir steht eine null kostet mich das einfach nix echt oder nicht ja null zuerst ist irgendwie kostenlos gewesen hast du vielleicht gerade irgendwas geskillt ne nicht gerade aber ich glaube das war von damals schon das ist eine nahrkämpferwurstung auf jeden fall ja ach komm dann gucke ich mir mal den hier an meine taschen sind voll ach so warte da siehst du mal wie es ist so der dino will fleisch vielleicht pflanze ich jetzt eine pflanze die obst will ach so oder ist es sowas schade ich hatte einen beweglichen begleiter gehabt ja finde ich auch besser aber vielleicht haben wir ja glück dass sie wenigstens in den nächsten raum geportet wird und sie ist schon weg was macht er denn davon eine komische hand bewegung okay man wirst du voll den großen kopf kann das sein wer hat von dem roten kopf du irgendwas gedroppt der typ noch ist eine rüstung zusätzliche eigenschaften wir bogen sperren zweihändig ach so ich bin jetzt ach ne mit zweihändig ist ja dings gemeint okay schaden geht runter weil das leben geht hoch was war das gerade für ein geräusch am ende mein schutzschild ich glaube ich bin besser du hast die pfeile ausgelöst und ich habe sie gefreezt damit sie in der pfeile bleiben alter du hast auch diesen dodgespanner das kannst du mit jedem machen man meint es hat diese aber der deutsche automatisch in die richtung wo ich hingucke ich kann nicht den flugbahn beeinflussen ja obwohl ich glaube du kannst du schon mit dem ding ist noch nicht mehr mit springen kann dann aber noch rechts und links doch noch oben und unten naja hoch links langweilig hat sie das los überhaupt nicht mein bild alter alter ich hasse ihn okay seine kriegen aber auch der mensch dadurch aber auch der kleine gegner bei mir oh darf doch nicht wahr sein boss und ich tot schusswaffe ein gewehr aus mit mit das ist ein besserer eine mysteriöse halskette ist wieder so ein einmal item du kannst glaube ich einen schutzschild oder genau kriegst du einen schutzschild ist gar nicht so verkehrt ja orientierungslosigkeit ich kann nicht richtig laufen aber krit plus 50 die kann krit plus 50 sein wenn ich nicht mehr zielen kann ich kann nicht laufen warte warte lass mal diesmal rechts lang gucken ob man da noch weiterlaufen kann okay ja du bist schneller als ich und ich bin schon im rennmodus ne drück mal wieder die taste dann kannst du dich auch wieder achso du kannst zurück zurückstoßen ich muss die andere richtung gucken dann kannst du schneller jumpen ich glaube dass du trotzdem schneller wärst so wieder acht machen wir weiter Bombeerhof wieder mal den werden wir noch mindestens zehnmal sehen ich hoffe nicht was ist denn dein ziel einmal bis zum endpost durchkommen und den besiegen ja ich glaube wenn man den besiegt kommen ja auch wieder tausend neue sachen freigeschaltet ich glaube wir werden die nicht mehr besiegen soweit kommen wir gar nicht an skills rein theoretisch werden wir ja jedes mal besser also von dem was wir an equipten so an skills erlernen naja achso das schild darf ich nicht vergessen lol ich war überhaupt nicht drin ja war mir schon auch 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 alter vorsicht der was knabberst du da schon wieder ein bonbon echt das war das ob du den chips gegessen hast nein zaubern tja heilungsmäßig für den mann sich leider wäre schlecht und wie da kann ich nicht weg in den popo ist so dumm das blöde in der schrub findest jetzt eine übelst kleine reichhalter ja das stimmt aber jetzt ein schluss musste man vor den gender stehen womit wir dann aber nicht die trennung hätten von nahkämpfer und fernkämpfer wie wir das glaube ich am anfang mal gedacht hatten was war das denn pflanz hat sie abgeschossen wie kam die zu mir sie ist ja aber die hatte mich da eigentlich gar nicht im fokus wahnsinn aber was es macht und ich bin schneller alter das war eine große reichhalter sag hat nur so aus wahrscheinlich wegen dem seel der hat das bestimmt geblockt den nächsten freien slot das ist ein trank effekt gerade oder was aber schon weg ich finde ich besser und zwar kein schild aber dafür heilung und eine große reichhalter das ist mir wichtiger okay außer es steht einer direkt vor mir das ist mir egal ich habe gerade zwei treffer abbekommen weil ich habe gerade zwei treffer abbekommen weil die box mit dem ich sehe nicht mehr mit dem trank oder so ja schläf der hier schade ist er hier nicht für alle ct gerade auf dem selben fleck stehen ich glaube der trank macht so ein mega hier war das wenn es das ist wie ich dann krank oder welcher so zu nehmen sehen dann oh gott Ich könnte mal wieder ein Hemmler kommen. Ja, das ist gut, geht. Aber das hat man irgendwie automatisch, wenn man vorne im Nahkampf steht. Ich dachte gerade, dieses Geräusch war bei Tier, aber das sind die Runde. Du machst jetzt 80% und das ist ein bisschen der Hemm. Alter, wie hältst du aus? Oh, schon wieder Licht. Eine Bombe müsste ich ihn doch zerstören. Deine Bombe hat gerade mich getroffen. Nee, er hat keinen Schaden bekommen bei mir. Ich habe 24 Schaden bekommen. Das war er, hätte ich ihn mit dem Moment angelaufen. Allein viele Gegner hier sind. Wie lange der? Ich stimme dir zu. Wenn der Nahkampf vorne merkt, er ist viel mehr. Hm. 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 eine ekelhafte mutter weißt du noch was sie macht ich glaube die stück der spinnen oder eier das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm das ist mies dass jetzt zwischen den bersag arbeiten zwischen den trebuchet leuten steht aber sie redet einfach komplett durch oder was nur sie ist weg alle eier gelegt und damit tot den farb ich gar nicht gesehen hat ihren dienst getan bossy schon wieder der also in der mitte vorhin stehen war gar nicht mal so verkehrt irgendwie was hier ja weil die anderen dinger kamen nur oben und unten ich dachte ich bin gestorben blut blut besitze gelegentlich mit blitzen das nimm du mal die schriftrolle das ist die spezialfähigkeit und das mit der kugel nämlich was war das für ein stab das war mein halter kannst du ja noch mal aktivieren und weißt du was passiert ist die schriftrolle ist jetzt negiert worden weil ich die waffe gewechselt habe das behindert alter das macht ja manchmal nur die waffe blitzig was so wie wir zu hausieren wollten wir jetzt nicht gedacht dass sie kommen würden alles klar bis später ciao los willkommen zurück von der zahlreiter folge lost castle wieder mit dabei der oh ich will noch ein leben schon ninja ja das war irgendwie den folgen neun na dann wird der angekattet an das andere ja ja nach die dings verteilen die säen 147 für 144 kann ich mir zumindest den berserker kaufen das mache ich jetzt mal den berserker ja einmal pro rom werde ich kann ich zum berserker werden wenn ich low life habe das ist oben rechts die maximalste fähigkeit ja da bin ich überhaupt gar nicht ich müsste mal ein bisschen mehr normalen kram wir müssen natürlich mehr seelen haben ich glaube das ist langfristig ja stimmt das wollte ich ja auch machen ja aber wenigstens einmal die fähigkeit ich glaube die jetzt passiv zu haben ist schon mal ganz gut ich kann mir da nichts mehr leisten alles kostet hier mindestens so viel schade 25 verschwinden sie jetzt so wieso ach so hast du 45 oder was so gib sie mir obwohl ich habe auch nur noch drei das hätte nichts gelohnt aber man hat nichts mit machen gut vorne dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bei Lost Castle ciao